Lex Barker war ein US-amerikanischer Schauspieler. Seine bekanntesten Rollen waren Tarzan, der Wildtöter und Old Shatterhand. Leben frühe Jahre Alexander Krichelow Barker wurde als zweites Kind eines wohlhabenden Bauunternehmers geboren. Er war ein direkter Nachkomme des Gründers der Kolonie Rode Island, Roger Williams, und ein Nachfahre von Sir Henry Krichelow, ehemals Generalgouverneur von Barbados. Barker besuchte die Festenden School sowie die renommierte Phillips Exeter Academy. Während seiner Schulzeit machte er besonders durch seine guten Leistungen als Leichtathlet und Footballspieler auf sich aufmerksam. Anschließend begann er an der Elite-Universität in Princeton ein Studium zum Bauingenieur, um später den familieneigenen Betrieb übernehmen zu können. Zum Leidwesen seines Vaters brach Barker das Studium bereits nach kurzer Zeit ab, um eine Schauspielausbildung zu beginnen, die ihn an den Broadway führte. Hier erhielt er eine kleine Rolle in dem Theaterstück The Merry Wives of Windsor. 1940 spielte er im Theaterstück Fünf Könige unter der Regie von Orson Welles. Am 21. Januar 1942 heiratete er Konstanz Turlow. Ein interessantes Vertragsangebot der Filmgesellschaft 20th Century Fox konnte er zu dieser Zeit nicht annehmen, da er noch nicht volljährig war. Daraufhin kehrte er nach Hause zurück, nahm eine Beschäftigung in einem Stahlwerk an und besuchte nebenbei die Abendschule, um sein abgebrochenes Studium abzuschließen. Barkers Ausbildung wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Er meldete sich 1942 freiwillig zur Infanterie der United States Army, diente in Nordafrika und Italien. Auf Sizilien wurde er schwer verwundet. Seitdem trug er eine Silberplatte im Schädel. 1945 wurde er zum Major befördert. Nach einer weiteren Verwundung, diesmal am Bein, wurde Barker von Mai bis August 1945 in einem Armeekrankenhaus in Arkansas behandelt und anschließend aus dem Dienst entlassen. Der politisch-konservative Barker hat sich stets dafür ausgesprochen, als Soldat für sein Land zu kämpfen. Am 28. November 1945 erhielt Lex Barker in Hollywood seinen ersten Filmvertrag. Er spielte in dem Film «Doll Face» und erhielt für die Rolle 500 Dollar Gage wöchentlich. Erfolge in den USA und in Italien Barker trat zunächst nur in Nebenrollen in Erscheinung. So spielte er in den zwar erfolgreichen Filmen wie «Die Farmers Tochter» und «Im Kreuzfeuer» 1947 aber eben nur kleine Nebenrollen. Sein athletischer Körperbau und sein gutes Aussehen brachten dem Blonden, einen Meter 93 großen Schauspieler 1949 seine erste große Hauptrolle als Tarzan ein. Damit wurde er zum Nachfolger des legendären Johnny Weissmüller, den die Produzenten aus Altersgründen nicht mehr als Dschungelhelden besetzen wollten. Zwischen 1949 und 1953 drehte Barker die fünf Tarzan-Filme Tarzan und das Blaue Tal, Tarzan und das Sklavenmädchen, Tarzan und die Dschungelgöttin, Tarzan, der Verteidiger des Dschungels und Tarzan bricht die Ketten, die ihn weltweit bekannt machten. Zahlreiche Rollen in Western- und Abenteuerfilmen der B-Kategorie folgten. Barker spielte unter anderem einen abhachen Häuptling im Film «Rebell der Roten Berge», im Film «Die Hölle des Dschungels», 1957 oder die Titelrolle in «Lederstrumpf», der Wildtöter nach dem Roman von James Fennimore Cooper. Zwar war er weiterhin auf der Suche nach anspruchsvolleren Rollen, aber sein Image als Tarzan schwang bei Neubewerbungen immer noch mit. Da Barker mit den Rollen, die ihm in Hollywood angeboten wurden, zunehmend unzufrieden war, zog er 1957 nach Europa. In Italien, beispielsweise in der aufblühenden Filmstadt Cinecitta, wo zu dieser Zeit zahlreiche niederbudgetierte Abenteuerfilme produziert wurden, konnte er sich schnell als Star profilieren. Barker trat in zeittypischen Genrefilmen wie «Die Vergeltung des Roten Corsaren», «Rebell ohne Gnade», «Robin Hood» und «Die Piraten oder Küste der Piraten» in Erscheinung. In Federico Fellinis Filmklassiker «La Dolce Vita» war Barker in einer Nebenrolle zu sehen. Später bemühte er sich weiter vergeblich darum, in künstlerisch hochklassigen Filmen Rollen zu erhalten. Insgesamt zählte Barker mit zu den ersten US-Schauspielern, die im italienischen Film Karriere machten. Vor allem in den 1960er Jahren kamen viele US-Darsteller nach Italien und drehten dort beispielsweise Sandalenfilme oder Italo-Western. Es waren in der Regel Schauspieler, die so wie Barker Probleme hatten, in Hollywood an gute Rollen zu kommen. Erfolge in Deutschland auf einer Party lernte er 1960 den deutschen Filmproduzenten Arthur Brauner kennen. Von diesem wurde er für die Rolle des Joe Como in zwei Dr. Mabuse Filmen engagiert. Es folgte der Film »Frauenarzt Dr. Sibelius«. Als Anfang der 1960er Jahre die Verfilmung von Romanen des deutschen Autors Karl May anstanden, erinnerte sich der Produzent Horst Wendland sofort an den »Deutscher als alle Deutschen« aussehenden US-Amerikaner, den er zuvor als Wildtöter in der Lederstrumpf-Verfilmung wahrgenommen hatte. Er versuchte, Lex Barker als Old Shatterhand in der ersten Verfilmung des Western-Romans von Karl May Der Schatz im Silbersee zu besetzen. Barker war zuerst wenig begeistert davon, in deutschen Filmen mitzuspielen, da sie damals international kaum Bedeutung hatten. Auch das verhältnismäßig geringe Budget der Karl May-Filme hielt er für wenig professionell. Erst durch das Zureden seiner damaligen Frau, der Schweizerin Irene Labhardt, der die Bedeutung der Figur bekannt war, unterschrieb Barker den Vertrag. Der Schatz im Silbersee wurde zu einem riesigen Erfolg und zog die Karl May-Filmwelle der 1960er nach sich. Barker verkörpert insgesamt siebenmal die Figur des Old Shatterhand und avassierte zusammen mit seinem französischen Leinwandpartner Pierre Brice, der den Apachen-Häuptling Winnetou spielte, im deutschsprachigen Raum zu einem der populärsten Filmschauspieler dieses Genres. Die Karl May-Filme lösten eine regelrechte Hysterie und einen Kult um die beiden Darsteller aus. Die Popularität von Barker und Brice zeigte sich beispielsweise in den Tumulten, die aufbrandeten, wenn sie Filmpremieren besuchten. Barker erhielt einen Bravo-Starschnitt und wurde wegen seines noch immer blendenden Aussehens in der Presse als Sexy Lexi bezeichnet. Er galt als perfekter Hauptdarsteller in Western, Krimis und Abenteuerfilmen und personifizierte das Idealbild des moralisch integren Helden, der sich durch Intelligenz, Geschicklichkeit und eine fast übermenschliche Körperkraft auszeichnete. Am 21. Januar 1967 erhielt Lex Barker den Bambi als bester ausländischer Schauspieler für das Jahr 1966. Das Lederkostüm, das Lex Barker als Old Shatterhand trug, war in Anlehnung an seine Rolle als Wildtöter in der Verfilmung der Wildtöter ausgewählt worden. Der Gürtel, eine Navajo-Silberarbeit, war ein Geschenk eines Sioux-Indianers an Barkers Urgroßvater gewesen, den Barker aus seinem Privatbesitz beisteuerte. Nur der Hut, der immer an der Sattelseite hing, wurde von ihm bei den Dreharbeiten nie auf dem Kopf getragen. Denn Lex Barker sollte ja das Idol eines jugendlichen Helden verkörpern. Neben den Western drehte Lex Barker auch mehrere Abenteuerfilme nach Karl May-Romanen, in denen er als Cara Ben-Nemsi bzw. Dr. Karl Sternau in Erscheinung trat. Produziert wurden diese Filme von Horst Wendlands Konkurrent Arthur Brauner. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre zeichnete sich ab, dass sich die Rezepte der Karl May-Western zu verbrauchen begannen und die zunehmend schablonenhaften Filme kein großes Publikum mehr anziehen konnten. Mit Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten produzierte Arthur Brauner 1968 einen letzten Winnetou-Film, der sich konzeptionell stark an den Erfolgsfilm Der Schatz im Silbersee anlehnte. Pläne für weitere Karl May-Filme wurden danach fallen gelassen. Gegen Ende der Karl May-Ära war eine neue Kinoserie mit Lex Barker geplant, die auf den erfolgreichen Mr. Dynamit-Kriminalromanen des Autors Karl-Heinz-Günther basieren sollte. Doch schon bei den Dreharbeiten zum ersten Film Mr. Dynamit – Morgen küsst euch der Tod von 1967 kam es zu Unstimmigkeiten, als Barker seine Gage erst einklagen musste. Danach hatte er kein Interesse mehr an weiteren Verfilmungen, was das Ende dieses Projektes bedeutete. Die deutsche Sprache konnte Barker zwar verstehen, sprach sie aber nur selten, und wenn, dann nur ein paar Sätze anlässlich von Premieren feiern. Außer Englisch sprach er auch Französisch, Spanisch und Italienisch fließend mit Akzent. Letzte Jahre und Nachruhm nach dem Ende der Karl May-Welle fand Lex Barker keine lohnenden Rollenangebote mehr, der Heldentypus, den er normalerweise verkörperte, war nicht mehr in Mode und der Publikumsgeschmack hatte sich deutlich gewandelt. Barkers Versuche, wieder in Hollywood Fuß zu fassen, wo er völlig in Vergessenheit geraten war, scheiterten. Ab 1969 war Lex Barker in TV-Serien wie FBI oder ihr Auftritt, Almundi zu sehen und plante eine eigene Fernsehserie. In dem spanischen Film AOM spielte er einen über das Leben reflektierenden alternden Schauspieler. Mit diesem Film erfüllte Barker sich seinen langgehegten Wunsch, eine Rolle spielen zu dürfen, die sein ganzes schauspielerisches Können erforderte. 1970 entstand auch die zeittypische Musikkomödie Wenn du bei mir bist, in der Barker neben Roy Black als Flugkapitän in Thailand zu sehen war. Dies waren die letzten Kinofilme mit Lex Barker. In den folgenden Lebensjahren zog Barker sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Auf seine Familienangehörigen und Freunde wirkte er, nicht zuletzt durch seine zunehmenden gesundheitlichen Probleme, seine beruflichen Misserfolge und auch durch die Konflikte mit seiner letzten Ehefrau Tita Cervera, müde und verbraucht. Teilweise musste er sich mit Tennisschaukämpfen finanziell über Wasser halten. Seine letzte Arbeit war eine Folge der US-amerikanischen Mystery-Fernse-Serie Night Gallery, Episode The Waiting Room. Im deutschen Fernsehen wurde dieser Streifen unter dem Titel Wo alle Wege enden gezeigt. Kurze Zeit nach dessen Erstausstrahlung im Jahr 1973 starb Lex Barker. Drei Tage nach seinem 54. Geburtstag erlag der Schauspieler an der Kreuzung Lexington Avenue, 61. Straße in Manhattan einem Herzinfarkt, als er auf dem Weg zu seiner damaligen Freundin, der Schauspielerin Karen Kondazian, war. Da Barker keine Papiere bei sich hatte, konnte der einst so populäre Schauspieler erst anhand der Gravur seiner Armbandtour identifiziert werden. In der Presse wurde offen über Alkoholismus als Todesursache des Schauspielers spekuliert. Die tatsächlichen Umstände seines Todes blieben dabei weitgehend unberücksichtigt. Ebenso die Tatsache, dass bereits Barkers Vater an einem Herzanfall verstorben war. Die Trauerfeier fand in New York statt. Die Urne nahm seine letzte Ehefrau, Tita Cervera mit nach Spanien. Der Erfolg der Carl May-Filme machte Barker vor allem im deutschsprachigen Raum über seinen Tod hinaus zu einem bekannten Kinodarsteller. In den USA blieben die Carl May-Filme unbeachtet, weshalb Barker in seinem Heimatland heute allenfalls noch als Darsteller des Tarzan bekannt ist. Ehen Barker war insgesamt fünfmal verheiratet und hatte drei Kinder. Constanze Turlo, Tochter Lynn, Sohn Alexander, nach ihrer zweiten Heirat 1953 nahm er beide Kinder zu sich. Alene Dahl, sie heiratete 1954 den argentinischen Schauspieler und Filmproduzenten Fernando Lamas, deren gemeinsamer Sohn der Schauspieler Lorenzo Lamas ist. Lana Turner, Irene Labhart, Sohn Christopher, nach dem Tod seiner Mutter wuchs er bei den Großeltern in der Schweiz auf. Maria del Carmen Rosario Cervera Fernández de la Guerra, bekannt als Carmen, Tita, Cervera, sie heiratete 1985 Hans-Heinrich Thyssenbornemissa de Casson. Die Ehe mit der Schauspielerin Lana Turner war von Skandalen geprägt und oft Thema in der Regenbogenpresse. Im Gegensatz dazu verlief die vierte Ehe mit der Schweizer Schauspielschülerin Irene Labhart harmonisch. Doch Irene Labhart nahm sich 1962 26-jährig das Leben, als sie erfuhr, dass sie unheilbar an Leukämie erkrankt war. Barker selbst bezeichnete sie als die einzige große Liebe seines Lebens. Seine letzte Ehe mit der spanischen Schönheitskönigin Carmen, Tita, Cervera endete in einem exzessiven Scheidungskrieg, dessen Folgen sich bis über seinen Tod hinauszogen. Seine letzten Lebensmonate verbrachte Lex Barker an der Seite der Schauspielerin Karin Kondazian. Trivia Barker war als leidenschaftlicher Gin-Rummi-Spieler, Raucher und Whisky-Trinker bekannt. Lex Barkers Sohn aus der Ehe mit Irene Labhart, Christopher Barker, hat eine klassische Gesangsausbildung als Opernsänger und damit verbunden auch eine Ausbildung zur Schauspielerei genossen. Er trat in den 1980er und 1990er Jahren in Musicals und Fernsehserien auf, spielte bei den Carl May-Spielen in Bad Segeberg die Rolle seines Vaters, den Old Shatterhand, und versuchte, sich in Deutschland als Schlagersänger zu etablieren. Christopher Barker lebt abwechselnd in der Schweiz, wo er aufgewachsen ist, und in New York City, wo er sich auch als Immobilienmakler betätigte. In den 1980er Jahren erregte Lex Barkers Name negative Schlagzeilen, als Cheryl Crane, die Tochter von Lana Turner, in ihrer Buchbiografie behauptete, von ihm sexuell missbraucht worden zu sein. Christopher Barker, der sich für seinen Vater einsetzte und ihn gegen diese Anschuldigungen öffentlich in Schutz nahm, warf der Turner-Tochter eine schmutzige und rücksichtslose Werbekampagne auf Kosten des Rufes seines Vaters vor, der sich nach seinem Tod gegen diese Behauptungen nicht mehr verteidigen könne. Ebenfalls in die Presse geriet der Streit um Barkers Erbe, um das sich Christopher Barker mit Maria del Carmen, Tita, Cervera, der Witwe seines Vaters, gerichtlich auseinandersetzte. Christopher fühlte sich nicht nur wesentlich benachteiligt, sondern sah auch das Vermächtnis seines Vaters von ihr nicht hinreichend gewürdigt. Lex Barker als Sänger 1965 nahm Barker unter Leitung von Werner Scharfenberger zwei Musiktitel auf. Ich bin morgen auf dem Weg zu dir und Mädchen in Samt und Seide. Martin Böttcher äußerte später, dass für Lex Barker im Studio keine technischen Spielereien angestellt werden mussten und seine Stimme so stark war, dass sie gedämpft werden musste. Zwei weitere bereits aufgenommene Titel blieben letztlich unveröffentlicht, da Barkers Plattenvertrag auf eigenen Wunsch hin aufgelöst wurde, nach eigenen Aussagen konnte er sich, mit Musik und Text, dieser Stücke, nicht identifizieren. Auszeichnungen 1965 Bravo Otto in Bronze 1966 Bambi als beliebtester ausländischer Filmschauspieler 1967 Silberner Bambi.